Hey, shit, bring it. Guckt euch die Lusche an. Artillerie-Kick eine Million. Der zittert. Der zittert. Aha, der Marcel ist das. Was soll ich auf der Grabstelle schreiben? Ha, nur mal kurz. Ich weiß, was da fährt da drauf. Oh, der Sturm, Sturm. Sturm, bis es steht, liegt da. Ha, ha, ha. Na, der Junge, der macht das schon. Ja, ja. Mit Angst, aber. Guckt euch mal die Hose an. Sie ist voll eingepickelt. Oh, ich würde noch mal los. Ist das Feuer? Marcel, wenn du fließt, dann fährt das überhaupt nicht auf, ob du eingepickelt hast oder nicht. Der Schnee hat mich da getroffen. Genau. Jetzt macht ihr hier vollen coolen Max. Aber da steht überhaupt nichts da hinten. Ich bin innen drin am Brennen. Am Brennen. Und sowas sagt immer ein richtiger Mann. Der springt ohne Seil. Kommt unten auf und sagt, ein bisschen weicher Boden. Kommt unten auf und sagt, ich glaube, der hat gepforzt. Oh, Junge, jetzt höre ich aber nach dem Regen zu. Marcel, dreh dich um und ich springe mit kurz. Hä? Ja. Vorwärtschen, Mann. Ich hätte nicht so viel haschen sollen vor, dieser Fall. Wenn ich springe, tritt mich einfach. Ich hüpfe mich in den Arsch. Darf ich? Ja. Haben Sie gehört? Der Arsch steht, wenn ich springe durch. Oh, so hart. Was macht der nicht mit? Was macht der nicht mit? Boah, fuck. Marcel, willst du noch was sagen? Boah, fuck ist das Ziel. On it, on it. Five, four, three, two, one. Tja, und das war sein letzten Wort.